Die Supertrumps. Eine schrecklich amerikanische Familie. Donald, Darling, heute ist Faschingsbeginn. Oh really, Malaria? Ich könnte eine lustige Kopfbedeckung aufsetzen. Nicht nötig, deine Frisur reicht vollkommen. Aber ich könnte mich als Zeichen meines Goodwills als typischer Mexikaner verkleiden. Oh, Darling, du meinst mit Boncho oder Sombreros? No, als Gärtner oder als Taxifahrer. Aber Donald, denk nochmal über deine Haltung gegenüber Mexikanern nach. Die haben auch Rechte. Malaria, so viele Rechte wie in Amerika gibt's nirgendwo. Wie sonst erklärst du dir meinen Wahlsicht? Du bist so witzig, Donald. Und noch was, Donald, Darling. Hörst du? Ja. Auch deine Einstellung zu Frauen sollte sich ändern. Sie verdienen Anerkennung, Respekt, Aufmerksamkeit. Entschuldige mal, Larry, hast du was gesagt? Donald, im Ernst. Dein Sexismus ist nicht mehr tragbar. Du bist jetzt schließlich Präsident-Elekt. Was meine Einstellung gegenüber Frauen angeht, bin ich eher Präsident-Elekt. Erekt. Die Supertrump's nur im Ö-3-BK.